Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Sicherheitsgurt schließen und auch wieder öffnen können. So, es ist jetzt 7 Uhr morgens. Wir fliegen jetzt nach Kos, Griechenland. Das ist der Anfang des Vlogs. Mia, sag was. Ja, ich freu mich. Wir fliegen jetzt nach Griechenland. Da hast du richtig Bock. Und ich hoffe, ihr hört uns. Ich nehme euch bei allen mit. Wir machen Daily Vlogs. Wir haben auf Riesen-Urstar-Kos. Wir sehen uns mitten im Vlog wieder. Ja, ich habe gerade Mia ihren Airpods geklaut. Ich habe heute Morgen meine Ohren sauber gemacht. Und jetzt kommt dann das Ding. Wir sind angekommen. Auf drei schlechteste Landungen meines Lebens. Ich dachte, get down, for real. Nee, das Hotel kennt man nicht, oder? Super Hotel. Really gute Empfehlung. Wir sind jetzt hier und direkt angenommen. Wir haben hier da genau so ein Zimmer, wie ihr seht. Also da direkt am Pool. Richtig geil. So, wir sind jetzt hier beim Hotel. Wir sind jetzt in der Mitte und ich zeig's euch einmal. Es ist halt legit so wie bei Eli. Also wir haben auch so ein Zimmer, so ein Swim-Up-Zimmer. Richtig, richtig nice. Wir gehen jetzt erstmal in den Pool. Um 3 Uhr können wir einschränken. Es ist gerade 1 Uhr mittags oder so. Ich nehme euch zwischendurch nochmal mit. Wir filmen ein bisschen, wenn ich schwimme. Meine Schwimmkünste auslebe. Wie geht's dir mir? Super. Ich soll es dir nicht zeigen. Ungeschminkt deswegen. Klasse. Wir waren jetzt so 10-15 Minuten schwimmen. War richtig richtig geil. Also ich zeig's euch nochmal. Warte. Das sieht legit aus wie das Paradies ist. No Troll. The Brian paid off. Es sieht wirklich crazy aus wie Troll. So das Zimmer. Ich zeig euch jetzt einmal das ganze Zimmer hier. Schon seht einmal hier. Flo abgesperrt. Hier ganz ganz wichtig. Die Regendusche. Sehr OP. Und hier ins Zimmer rein. Hier haben wir das Bett. Fernseher. Auf Lock. Dann das geilste. Man geht hier raus. Ihr seht die liegen. Und ich kann einfach direkt im Pool. Digger. Wow. Wir sind hier gerade Abendessen. Und wir haben Baklava bestellt. Davor hatten wir by the way so Muscheln und sowas. Einfach vor dem Buffet. Hier ist Mia. Hi Mia. Wie gut sie aussieht. Guck mal das Baklava ist. Das hab ich noch nie gesehen da oben. Da drauf ist irgendwie ein Schaumstoffball oder sowas. Das ist dieses geile türkische Eishalte. Das ist komplett OP. Allgemein türkisches Essen. Immer krank. So Mia. Gib mal ein Rating für ein Baklava. Das war richtig ein bisschen komisch. Aber locker. Ja. Ich weiß nicht. Ihr seht ja hier diesen Tennisball da. Das war so ein Pinstatiencreme. Aber der Baklava war wie so ein... Frittiert. Frittiert. Und der war komplett komisch. Also ich esse echt gerne Baklava. Und das war weird. Dazu hatten wir so zwei Peach Ice Tees. Das sind wirklich so richtige Tees. Die sind wirklich komplett crazy. Und dieses türkische Eis. Was ich schon eben gesagt hab. Was komplett crazy ist. Shoutout an alle Türken. Frag bitte nochmal was du gerade gefragt hast. Bitte. Ich hab gefragt ob Rating links ist. Lauter? Ich hab gefragt ob Rating links ist. Tja. Respektlos. So Sebastian Leute. Willkommen zum zweiten Tag von Kost. Wir haben das Frühstück verpasst. Sehr schön gemacht. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran. Dass wir beide eine Stunde geschlafen haben. Ich hab grad 12 Uhr. Ich hab keine Ahnung was die machen. Ich denk gleich mal im Pool. Und nehm ich euch dann gleich wieder mit. Ja. Eine Sache muss ich sagen. Das ist mein L. Und zwar No Diving 135 L. Wer ist so. Irgendwie so. Weiß nicht. Ihr seht das Wasser so. Man kann halt einfach nicht reinspringen. Wer ist so 1 Meter 70. 1 Meter 50. Wer ist viel krasser. Real talk. Ich bin jetzt hier im Supermarkt angekommen. Ich weiß nicht ob es ein Cop gibt. By the way. Wir kaufen uns jetzt hier ein paar Snacks. Irgendwie alles anders als in Deutschland. Obwohl relativ. Ein paar Chips und sowas. Fanta Lemon. Trust me. Die beste Fanta. Die es gibt. Ich möchte euch mal zeigen was es ist. Unser Hotel ist hier legit im Nirgendwo. Also ihr seht. Hier hinten ist das irgendwo. Legit überall im Feldern im Nirgendwo. Keine Ahnung. Aber es ist trotzdem so geil. Ich zeige jetzt an was wir einkauft haben. Einmal hier Cookies. Für mir. Ein Croissant Dinger. Dann so Fake Oreos. Sunscreen. Pringles. Und Riffel Chips. Riffel Chips sind by the way die besten. Und die bei Pringles immer Ketchup nehmen. Trust. Von mir ist hier jetzt gerade ihre Rahmen. Wie sind die? Eigentlich ganz gut. Also für den Preis. Einfach. Ja. Perfekt. Hier wie ihr schon seht. Ich war schon wieder am Masten. Ich habe die Nick Nacks gegessen. Die schmecken ein bisschen nach Karotte und Schokolade. Aber irgendwie sind sie anders als in Deutschland lecker. So. Ich esse jetzt den restlichen Rahmen von Mia. Wir gehen jetzt gleich nochmal in den Pool. Hier sind die Finger von Mia. Ah. Girl. Ah. Guckt mal was sie hier gemacht haben. Wie ist mein Lali küssen wovon ich euch erzählt habe. Mini Bab Show. Babsi. Ein Bab Mini Babo. Die haben das extra so hingelegt. Voll süß. So Mia und ich haben jetzt den IRL Stream gemacht. War super. War sehr gut Chat. Danke für den ganzen Support. Ich küsse euer Herz. Wir gehen jetzt noch was essen. Wir nehmen euch jetzt mit. Ich küsse euer Herz und ich nehme euch mit. So. Mia und ich gehen jetzt noch essen. Guckt es euch an wie wunderschön sie euch ist. Wir gehen jetzt essen. Und wir haben gerade den IRL Stream gemacht. War sehr sehr geil. Ich küsse euer Herz. Prost. So wir sind jetzt hier beim Essen. Ich habe hier eine Linsensuppe. Das hier Nudeln. So Spinatendinger. Zucchini Dinger. Kartoffelburee. Tzatziki. Wie hat das? Ja. Wir essen jetzt ein bisschen und schön. Die Leute wir sind gerade essen. Und ich habe mir Drachenfrucht geholt. Und Lenny findet, dass sie overrated ist. Wie findet ihr Drachenfrucht? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde, die ist richtig lecker. Und Lenny meint. Ist der overrated. Ist der Arsch. Und die auch gesund, ne? Ja, ja, ja. Okay, also jemand kann eigentlich Bilder von Lenny machen. Aber. Ich habe noch nie jemanden so inkompetent gesehen in Bilder machen. Das stimmt. Die macht Bilder. Jetzt bin ich 10 Jahre alt. Ich will nicht gerade. Nele aus der 5. Klasse klären. Das ist respektlos, würde ich euch die Bilder zeigen. Das ist krass. Okay, Update Nummer 2. Ich finde, ihr habt gute Bilder hinbekommen. Sagst du? Ja, 3 gute Bilder. Von so 100. Total, total. Also Leute, wenn ihr Bilder machen wollt, bucht mich. Geht nicht zu mir. Okay, ich habe gestern mich 5 Tries gebracht, bis ich hier rauf gekommen bin. Mehr? Er trinkt einfach. Er trinkt einfach. Cool, jetzt sitze ich drauf. Das ist nicht gut. Let's go. So, kurzes Update. Ich liege gerade hier im Pool auf dieser Matte. Hier seht ihr nochmal alles. Sehr sehr chillig. Es ist gerade 30 Grad oder so. Mia sitzt da vorne mit dem Sonnenhut. Liege hier in der Sonne schön eingecremt aber, weil sonst sterbe ich. Und ja, wir gehen nachher noch Tennis spielen und sowas, essen was. Dann nehmen wir euch mit. Und ja, lasst jetzt schon mal ein Like und ein Abo da auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. So, wir sind jetzt hier noch essen. Also haben wir uns noch zu essen. Einen Hotel geholt, einen Burger, Potato Wedge und eine Soße. Mia hat eine Pizza Prosciutto und zwei Eisdienst. Super. Jetzt wird abgeschmatzt. Noch 1,5 Stunden schlafen. Dann, wie werde ich geweckt, indem Mia wieder 50 mal einen TikTok Sound abspielt. Take away your fingers and go. Guess that's what you said. Oh no. Das spritzt die ganze Zeit ab, Digga, weil sie irgendein scheiß TikTok dreht. Hört ihr das, Digga? Das ist so nervig. Warte noch. Sieht voll fett aus. Wir sind jetzt hier beim Abendbesten. Es gab nicht irgendwas Spezielles. Mir sieht natürlich wieder wunderschön aus. Wir haben uns jetzt hier als Nachtisch. Passionsfrüchte, OP, Creme Brulee. Und diesen Kuchen, der ist absolut geil. Eine Bread Velvet, glaube ich. Die Auswahl vom Essen heute war nicht so gut. Aber trotzdem Carbonara, so auf deutschem Style. So halt nicht richtige Carbonara. Und dann einfach noch so. Was hab ich noch gegessen nochmal? Frühlingsvoll. Bein. So geht's. Und so ein Fleischchen. Und so ein Fleischchen. Also Leute, das war's mit dem Vlog. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, vor allem mit mir. Dann schreibt das mal in die Kommentare. Wir müssen noch was sagen. Ja. Okay, haut rein, Leute. Ciao.